Toll. Einatmen. Bis 14. Ausatmen. Bis 14. Das war's. Äh. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal. Bringen wir's zu Ende. Und jetzt los. Los, Bewegung, los! Eine Musik, glaube ich. Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg. Kein beschissener Sonntagsvollzieher. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn. Uh oh. Also gut. Käpt'n Blazkowicz, Gates, Benson. Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch. Suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben ihn von hier unten aus Feuerfluss. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein. Kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier! Kein Problem, denke ich. Wir bleiben Leute aber nicht zurück. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Wenn wir Toten kommt nicht erwischen, ist es aus. Klettern Sie los. Bergen Ständen. Oh. Na klasse. Ist ein bisschen schwer die Leute hier alle zu erwischen. Können wir nicht schneller? Ja. Was soll denn das jetzt? Geht er nicht weiter? Geht er nicht weiter? Geht's vielleicht nach rechts? Ich versteh das jetzt grad nicht. Nach oben geht's nicht. Ja. Ich hab ihn. Ich muss vielleicht irgendwie zur Seite. Das klappt. Ok. Hopp. Ich hoffe nicht, dasselge nicht runter. Nach oben! muss er ja und du willst nach unten oder was? wär ein bisschen blöd wenn die das aufmachen wenn wir draufstehen aber warum läuft der jetzt schon wieder nicht weiter fühlst man sich ja da kommen noch einige Updates zur Verbesserung drückst du jetzt mal oder lässt du es? fast geschafft schon einfach weiter oh oh ist alles ok? scheiße ich hab ihn nicht gesehen es hängt jetzt an ihnen Blaskowich gehen Sie in den Kontrollraum und öffnen Sie das Tor verdammt und noch ein getötet General einer von uns beiden wird heute sterben Achtung Code bla 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 was gibt es hier? ein Kreislauf wow vielleicht sollte man nicht so eine Treppe runter gehen wenn man nicht so eine Töne ich bin auf dem Gegenruf stehen die Steine 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 Herr Ok, das wird jetzt interessant. Lass mich raten, den hätt' mir ausschalten können. Ne, hätt' mir nicht, gut. Scheiße, unnachfällig natürlich anders. Habe ich jetzt leider nicht anders sehen, es tut mir leid. Kommandant. Granate? Haha, nicht getroffen. Aua. Haha, getroffen. So. Schöne Muni, ein Sacken. Ein Sacken. So, ähm. Okay. Warum wackelt das so? Warum haben die hier so Gammel, äh, Gammelgeneratoren? Wo ist das Stromnetz? Wer kommt, die Trebo? Ich seh' niemanden. Der Hund hat auch ein Problem, seh' ich grad. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Ne, ich wollt schon, aber... Äh, er tut mir leid, alter. Äh, so, äh, was? Geiß Arschloch. Arschloch. Wenn er nicht wüsste, dass wir, äh, spielen, dann werden diese... Ah, ja, okay. Der General. Der General. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir den Fein zurückschneiden haben. Der General. Die Bericht zufolge, die wir derzeit vorliegen, ist es auch höchstens eine Handvoll gegner am Link. Ja, genau. Ja, Sie sind in den Nachmitteln aufgetrettet und in die Basis zurück. Aber ich hab' meine besten Leute damit beauftragt, sie zu stoppen. Nein. 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 Ja. Ja. Ich lass' mal ausreden. Nein. Hä? Ich verstehe, Herr General. Ja, Herr General, Sie werden nicht weit kommen. Ciao. Ein Igmar-Fragment. Ich weiß zwar nicht, was das uns bringt, aber... Naja, werden wir ja später herausfinden. Der sieht ja lässig jetzt aus, muss man ja sagen. Ich habe jetzt erwartet, dass wir einen aus Mord kriegen. Scheiße, ich konnte eine Hilfe rufen. Okay. Nein. Nein. Dieser schüttelt schon den Kopf. Hallo? Bestätigt. Ein Trupp ist unterwegs. Eine Art-Inhof ist bestimmt eine Arena, eine Falle, Leute. Das schleichen ist hier gar nicht einfach. Was ist eigentlich mit dem Fressen, auf der da eben war? Ah, da. Lecker. Sind wir jetzt im Mittelalde, oder was? Alter. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Wenn du das auch direkt anbieten mögen. Ich bin unterwegs. Wer ist da? Du hast es halt geblieben! Du hast es kalt! Und du hast dich sogar geblieben! Alter! aber ich nicht war ich will hier nicht umsingen guter arbeit bewegung der Junge will bestimmt nur Schleim Prozent sind der denn Eisenrohr Aua meine Beileid auf das hat wegen damit sicherheit aber auch nicht lange die Strebe lässt sich von hier aus nicht bewegen wir sitzen hier oben fest versuchen sie es mal von ihrer Position aus Bleskowitsch vielleicht kann ihnen das hier nützlich sein hey so was ist bist du gläubig was ist das was ist das was ist jeden Sonntag in die Kirche habt ihr denn keine Kirchen in England gibt es da keine Priester doch aber das Regime wirft gerade jede Menge Boppen auf sie ab das ist das Problem Rumschädel Plan D jetzt ziehen bei mir passiert bestimmt irgendwas oder bei dem Komsi Bleskowitsch